Wie gut ist das Haar-Stunning-Produkt Freehold von Kevin Murphy? Komm weiter, es ist zur Verpackung. Wie von Kevin Murphy typisch, ist die Verpackung rechteckig in so einer Plastikschachtel. Anders als alle anderen, finde ich sehr nice. Auch in diesem Grün mit der Typo drauf, sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Kommen wir zum Geruch. Wir haben hier einen frischen, cremigen, leicht pudrigen Geruch, der wirklich sehr nice ist. Und ich hatte das Gefühl, wenn man das Produkt in den Händen verreibt, kommt auch so ein bisschen eine holzige Note raus. Alles sehr dezent, gefällt mir sehr. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 75% der Inhaltsstoffe sind gut, 25% leider nicht ganz so gut. Kommen wir zum Claim des Produktes. Es wird mit einem flexiblen, mittelstarken Halt geworben, mit einem natürlichen Glanz, einer kräftigenden Wirkung. Und dieses Produkt soll wirklich für alle Haartypen geeignet sein. Ob das wirklich stimmt, finden wir jetzt heraus. Meine Feuerfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Ich habe meine Haare heute Vormittag gewaschen und meine Haare sind jetzt wirklich in einem komplett trockenen Zustand. Und das ist die Grundlage jetzt gleich für das Styling. Kommen wir zu Konsistenz des Produktes. Wir haben hier eine weiche, cremige Paste. So sollte es auch sein. Allerdings schon etwas zu weich für meinen Geschmack. Da das Produkt sehr weich ist und sehr cremig ist, kann man das Produkt natürlich auch sehr gut in den Händen verteilen. Heißt, das Auftragen in die Hände funktioniert easy, einwandfrei, rückstandslos, ohne Verklumpfungsgefahr. Kommen wir zum Styling. Ich habe das Produkt in meine trockene Haare eingearbeitet, wirklich überall in die Haare verteilt. Alles relativ easy gehandhabt. Ich habe später dann noch einfach einen feinen Kamm dazu genommen, um meine Haare als auch meine Seiten ein wenig zu ordnen. Ich habe im Anschluss noch ein minimal Haarspiel dazu genommen, was aber an dieser Stelle kein Muss ist, um so einen natürlichen Look zu kreieren. Meine Nachraffrisur sah dann wie folgt aus. Kommen wir zum Halt. Es wird mit einem mittelstarken, flexiblen Halt geworben und genau das ist hier am Ende des Tages auch drin. Das passt. Kommen wir zum Finish. Ein natürlicher Glanz ist es meiner Meinung nach eher nicht. Wir haben hier eher ein relativ mattes Finish. Hier und da scheint mal ein bisschen was Glänzendes durch, aber für mich ist das eher matt als glänzend. Wie ist es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Die wasserbasierte Paste lässt sich wirklich super aus den Haaren heraus waschen. Ihr benötigt noch nicht mal zwingend Shampoo dafür. Heißt, auch nur mit Wasser bekommt ihr das Produkt auch wirklich rückstandslos aus den Haaren heraus. Und kommen wir zum Preis. Ich habe zwar jetzt hier die Reisegröße, gehe jetzt einfach aber mal von der normalen Größe aus, wo 100 Gramm drin sind. Und 100 Gramm bekommt ihr am Ende des Tages für 30 Euro. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist das auch ein gutes bis sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, weil fast alles stimmt, was hier drauf steht. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Ich kann das Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen. Und das Produkt ist vorwiegend für Leute geeignet, die einfach einen natürlichen Look kreieren wollen, einen mittelstarken Halt haben möchten und einfach morgens nicht stundenlang im Badezimmer verbringen möchten, sondern es vom Styling her relativ einfach haben möchten. Das Produkt Kevin Murphy Freehold bekommt 43 von möglichen 50 Punkten. Den Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haaren stylen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haaren stylen.